Ja, ich bin Jan Maser. Besuchert war ein Seminar der IPA hier in Köln. Ich arbeite schon seit ungefähr sechs, sieben Jahren mit Kindern zusammen. Hingekommen zu dieser Arbeit bin ich durch meinen Sohn über den Fußball. Ich begleite ihn als Mannschaftsbetreuer seitdem von den Bambinis an und habe auch seit den Bambinis immer komplett eine Mannschaft beisammen. Übers Internet. Ich habe einfach danach gesucht, wie kann ich meinem Sohn helfen, dessen Traum es ist, auf der einen Seite Fußballspieler zu werden, aber nicht Fußballspieler zu bleiben. Er möchte gerne ins Management für einen Fußballverein. Das möchte er seitdem er fünf Jahre alt ist, ist es sein Traum ins Management zu kommen. Und ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie kann ich meinen Sohn am besten unterstützen. Ich habe bei diesem Seminar gemerkt, dass diese Methoden nicht nur dazu da sind oder mich nicht nur befehlen, Kindern in irgendeiner Art und Weise zu helfen und sie zu unterstützen, sondern auch, dass sie mir persönlich helfen. Deswegen nutze ich diese Methoden auch mit vier Kollegen, um bei mir selber zu räumen. Ich freue mich jeden Tag wieder aufs Neue her zu kommen. Ich war ein sehr introvertierter Typ, aber dieses Seminar, beide Blöcke sind durch die Moderation von Daniel Allen so aufgelockert. Ja, man fühlt sich sofort wie in Kreise Gleichgesinnte, die das gleiche Gefühl vermitteln, so wie ich es habe. Und wenn man da mal irgendwo einen Knick hat, dann braucht man nur einmal eine Runde zu gucken, oder sich eine Daniel anzugucken und ist im Prinzip sofort wieder am Tor. Genial. Einfach nur noch genial. Toll. Es wird gebraucht. Es wird gebraucht, meiner Ansicht nach, weil alle kümmern sich um die Erwachsenen. Ich glaube, Business-Coaches und sowas oder andere Coaches, die sich um Erwachsene kümmern, oder um Firmen, oder um Profits, oder um gutes Gelegen in einem Team einer großen Firma. So gibt es wie St. Amea. Ja, aber wenn ich mir dann angucke, ich brauche nur um die Klasse meines Sohnes zu gehen, wenn ich mir dann angucke, wer kümmern sich eigentlich um die Kinder? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. あー. Tada! Tor.